Christiane Paul ist eine deutsche Schauspielerin. Leben und beruflicher Werdegang Christiane Paul entstammt einer Arztfamilie, ihr Vater ist Orthopäde und Chirurg und ihre Mutter Anästhesistin. Von 1980 bis 1990 besuchte sie die Polytechnische Oberschule Ernst Busch im Berliner Ortsteil Pankow, wo sie auch geboren wurde. Nach dem Abitur 1992 an der Friedrich-List-Schule in Berlin-Niederschönhausen studierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin ebenfalls Medizin und promovierte 2002. Den Beruf der Ärztin gab sie 2004 auf, um sich neben der Betreuung ihrer Tochter wieder stärker der Schauspielerei zu widmen. Sie arbeitete früh als Fotomodell für Zeitschriften wie Bravo und erhielt mit 17 Jahren ihre erste Hauptrolle in dem Film Deutschfieber. Parallel zu ihrem Medizinstudium betrieb sie ihre Schauspieltätigkeit und lernte eine kurze Zeit am Lee-Strasberg-Institut in New York City. Aus einer früheren Beziehung hat Christiane Paul eine Tochter. Im August 2006 heiratete sie den Chirurgen Wolfgang Schwenk, den sie während ihrer Ausbildung zur Ärztin an der Berliner Charité kennengelernt hatte. Mit ihm hat sie einen Sohn. 2009 zog das Ehepaar nach Hamburg, da ihr Mann dort eine Chefarztstelle antrat. Seit Mitte 2011 lebt sie mit ihren Kindern wieder in Berlin und wurde 2013 geschieden. Sie ist in zweiter Ehe mit einem Berliner Physiker verheiratet. Paul spielt von Zeit zu Zeit Theater und hat mehrere Hörbücher eingelesen. Im Jahr 2016 wurde Paul der International Emmy Award als beste Hauptdarstellerin für den Film unterm Radar verliehen. Sie ist Mitglied der Deutschen Filmakademie. Soziales Engagement Christiane Paul ist nationale Botschafterin der Welt-Aids-Tag-Kampagnen 2005 sowie 2007 bis 2009 in Deutschland, unterstützt die Aktion Deine Stimme gegen Armut, ist Mitglied der vom damaligen Bundesminister Sigmar Gabriel anlässlich der CBD-COP9 ins Leben gerufenen Naturallianz, die sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzt, lebt umweltbewusst und kämpft für eine bessere Bildung. Sie war Amnesty International Jury-Mitglied bei der Berlinale 2007 und sagt, gut gemachte Filme können das Verständnis für komplexe Themen wie Menschenrechte wecken, vertiefen oder erweitern. Und im besten Fall kann ein Film den Zuschauer dazu bewegen, sich für die Rechte und die Würde der Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu engagieren. Des Weiteren engagiert sich Christiane Paul für das Berliner Sozialprojekt Die Arche. Trivia im Buch Die Glücklichen. Warum Frauen die Mitte des Lebens so großartig finden Der Journalistin Susanne Bayer wird Christiane Paul als eine von 18 erfolgreichen Frauen um die 50, unter anderem neben der Schriftstellerin Siri Hastwitt und der Germanistin Henrike Lenemann, porträtiert. Bibliografie Einflussfaktoren auf die perioperative Morbidität und Mortalität in der primären Hüftendoprothetik Eine retrospektive, fallkontrollierte, unselektierte Studie über 628 Implantationen Dissertation Humboldt-Universität zu Berlin, 2002 Das Leben ist eine Öko-Baustelle Mein Versuch, ökologisch bewusst zu leben Z.U.S. mit Peter Unfried Ludwig Verlag, München 2011 ISBN 978-3-453-28021-2 Auszeichnungen 1996 Filmfestival Max Oppös Preis für ihre Rolle der Sarah in dem Film Ex 1996 Bayerischer Filmpreis Nachwuchsdarstellerpreis für ihre Rolle der Roda in Workaholic 1998 Goldene Kamera als beste Nachwuchsschauspielerin 1998 Nominierung Telestar als beste Schauspielerin 1999 Berliner Bär 2015 Darstellerpreis beim Fernsehfilmfestival Baden-Baden für unterm Radar 2016 International Emmy Award als beste Hauptdarstellerin für unterm Radar 2017 Nominierung Deutscher Filmpreis Beste weibliche Nebenrolle für die Welt der Wunderlichs 2017 Bundesverdienstkreuz am Bande für ihr Engagement für das Berliner Sozialprojekt die Arche sowie für ihre Funktion als UNICEF-Patin und Botschafterin zum Weltheitstag